Hallo zusammen, ich bin der Paul, der Tisch. Und wer seid ihr Neuling? Ich bin der Frank, der Stuhl, und komme gerade aus der Ikea. Und ich bin der Bridolin, der Schemmel. Jungs, passen auf, heute kommt Emma zu Besuch. Sie ist sehr fett und hat erst gerade die letzte Woche meinen Stuhlkolleg Sandro unter ihrem Arsch begraben. Ich bin doch so klein und schwach, ich habe Angst vor ihr. Ach, die wird schon nicht so fett sein. Seht ihr das Feuer? Dort drin ist gerade Sandro und wird zu Escher verwandelt. Oh, es hat geläutet. Ist das echt Emma? Wir werden das gerade sehen. Aber ich will doch noch nicht sterben. Wir werden alle sterben. Nein! Ich suche mir ein neues Plätzchen. Ich will nicht so wenden wie der Frank. Du kommst sowieso nicht weit, du bist klein und schwach. Das ist Lave! 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 Vielen Dank.